so genau das ist wahrscheinlich ein bisschen oder ich könnte ja einfach größere baustoff lkws nehmen die mehr ziehen können 27 tonnen ist vielleicht ein bisschen bisschen lau das geht doch natürlich nicht warum kann ich eigentlich hier raus es wäre cool wenn man hier raus ein fahrzeug ersetzen machen könnte wobei das würde bloß kommen das geht auch über das hier warum sind ja so lang was hat denn der hier geladen roadtrain 102 tonnen gut mit dem roadtrain kann man schlecht nach stadt rumgurken fahrzeuge ersetzen genau den medler truck der wird sich natürlich durch die karte mitteln eigentlich könnte man hier noch nahrungsmittel in die tankstelle bringen wo ist das hier nicht der roadtrain die fahrtonen und der hängt hier am windschatten ist halt blöd dass diese roadtrains hier die sind dieses dieses problem mit dem mit dem sound haben sonst könnte man die öfters mal nehmen was ist hier unten los ich glaube hier fehlt der der ersatzteil lkw so weil er bloß einmal im jahr ankommt das ist natürlich verständlich so haben wir jetzt achso ich wollte gucken wobei der hier die nahrungsmittel her holt litau viehmarkt achso der fährt einmal bloß da drum okay passiert ja sonst noch irgendwas was mit den verpackungen ja gut das kann man ja so lassen dann so ähm so was ist hier oben auf null 2.000 tonnen landwirtschaftliche betriebsmittel ich glaube da kann man hier noch mehr raushauen so was macht ja der hier oh ist er schon auf 3.000 oh ist er schon bei 19 gewinn können wir fast noch einen dritten zug fahren lassen ja gut gut wir lassen das jetzt erst mal hier in baselhafen so okay genug das jetzt hier erstmal angeguckt jetzt würde ich sagen jetzt gehen wir mal wirklich die haben wir auch noch hier burgdorf mit ihrem kleinen flughafen jetzt gehen wir aber wirklich mal hier hin und machen hier mit der industrie weiter die frage ist natürlich womit fängt man an gibt es eigentlich irgendwas was wir jetzt noch nicht so hatten an industrie was macht denn der electrical workshop eigentlich müsste man mal fahrzeuge machen wir haben zwar fahrzeuge wo geht das hin genau liefern das dort hin wir machen jetzt wir machen jetzt einfach mal fahrzeuge fangen wir hier mit fahrzeugen an aber ich bringe das dann in die städte zu den äh wie heißt denn das fahrzeughandel 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 genau dann könnte man nämlich da irgendwie so ein netz bauen und alle städte mal anfahren mit dem zeug fahrzeug so für den fahrzeughandel brauchen wir natürlich fahrzeuge wo steht es denn überhaupt bericht fahrzeuge bericht fahrzeuge klingt logisch könnte mir folgen teil will lastwagenhändler so das heißt wir brauchen erst mal wo das jetzt hier ein maschinenbaubetrieb oder eine fahrzeugfabrik maschinenbaubetrieb ja das ist auf jeden fall interessant maschinenbaubetrieb und die fahrzeugfabrik braucht das hier eine fahrzeugfabrik haben wir aber glaube ich schon dort unten was ist denn ein maschinenbau dingens das sind die hier fahrzeugteile karosserien elektrische maschinen die kommen glaube ich aus diesem electronic genau electrical workshop da würde ich das eigentlich fast schon nehmen hier die frage ist wo haben wir eine fläche die zentral liegt guck mal da lächelt mich das doch hier schon so an ja hier ist natürlich naja hier ist die felder ob das so sein muss was ist da höhenlinien noch mit einschalten hier ist auch viel drumrum aber hier ist es relativ flach und da ist halt nur ein bauernhof im weg den gäbe es noch das ist blöd wegen dem fluss was ist mit dem hier da ist der berg im weg also ich tendiere fast schon dazu den hier zu nehmen auch wenn er irgendwas daneben liegt man könnte den platz hier alles ausbauen und bei dem ist halt blöd hier ist auch ein fluss hier kommt gleich ein berg okay nehmen wir mal den so fahrzeugteile karosserien elektrische maschinen ok ich würde eigentlich gerne mal alles alles was hier ist erstmal erst die metallwaren fabrik anbindet dann die batterie fabrik electrical workshop kunststofffabrik grashütte warum sage ich immer grashütte glashütte textilfabrik reifenfabrik und die gießerei guck mal was man da alles braucht ei 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 kautschukplantage kokerei was ist denn eigentlich am einfachsten textilfabrik die haben nämlich das hier schon mit drin glashütte die braucht sand und so das geht glaube ich auch noch wo war es denn jetzt hier kunststofffabrik batteriefabrik ich brauche litium ok bauen wir erstmal hier was hin die frage ist jetzt bloß in welche richtung man das macht baut man die bahnhöfe so oder baut man die so ich tendiere zu so weil man damit nämlich hier den lichtburgenofen sozusagen umfährt und den bahnhof einfach so baut und so da kann man belebig nachher rüber weiter bauen bis zu dem bauernhof aber ich glaube so viel platz brauchen wir sowieso nicht und hier hat man halt aber hier dann die die aneckung an des dingens so die frage ist ich baue einfach mal und ich würde hier mal auf eine bahnsteig länge sieben gehen sonst haben wir mal fünf jetzt machen wir hier auf der insel mal sieben einfach damit wir schön noch mehr zeug weggarren können anzahl der gleise machen wir erstmal vier würde ich sagen so rorschach baumaschinenbetrieb das ist jetzt erstmal gesetzt und ich trinke mal kurz was so pepsi max lemon übrigens zuckerfrei ich glaube ich habe mal in dem video gesagt dass wenn ich cola trinke dann kann es auch das mit zucker sein das problem ist halt leider nur dass man diese ganzen geilen geschmackssorten mittlerweile irgendwie gefühlt nur noch ohne zucker kriegt naja ich glaube das ist überhaupt meine erste cola diese woche oder so ja kann sein wobei der cola konsum auch sehr stark rückläufig bei mir ist so also wir fangen an oder machen wir einfach von oben nach unten wir können wir machen von oben nach unten so wir brauchen eine metallwagenfabrik hä was hat er achso quatsch hat das falsch getüdelt warte mal neue metallwagenfabrik was ist denn da achso ach der lichtbogenofen den könnte man warte mal das passt ja irgendwie äh wo war das jetzt wenn ich hier drauf klicke hä was meint er denn hier das hier metallwagenfabrik die brauche ich was wäre denn die hier unten ja gut da die hat ah die liegt wieder so bergig was ist mit der guck mal die würde gut flach liegen könnte man hier so oben raus bauen so ja guck mal hier das liegt direkt an der passagierstrecke äh welcher war das jetzt der hier ja kann jemand den hier so der braucht stahl aluminium und zink ok ok bauen wir erstmal in bahnhof jetzt ist natürlich die frage macht man das zink zink Bis zum nächsten Mal.